Willkommen zurück bei Battlefield. Eine Runde Rush auf Damaman Peak. Darmwand. 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 Viel Darm. Ja. Oh fett, guck mal, wir sind Verteidiger. Juhu! Jetzt spiele ich jetzt glaube ich Sniper. Oh Gott, oh Gott. The Egg Spreng Rouse! Ben! Oh Mann, ey. Da haben wir. So ein nerviges Fahrzeug. Oh ja. So, ich geh einfach mal hier in das Haus rein, um uns zu verteidigen. Ah, ich soll vielleicht mal den Ton bisschen lauter machen. So ungefähr. Dass man den Endgames auch noch noch hört. Und nicht only mich. Alter, wo sinken die alle? Ich glaub die trauen... Boah, doch da sind sie schon. Auf der linken Seite, ne? Ja, da kommen sie auch schon angeflogenen. Ähm. Dort, äh, drüben. Ja, Mann, ich hab einen mit der Granate. Komm, 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 komm. Nein, komm, komm, komm. Nein, komm, komm, komm. Nein, komm, komm, komm. Nein, den habe ich nie mehr. Egal. Ja, wir sind schon wieder dieses Scheiß. Ja, für Gegner Massen ist... ...die Aswall nicht so geeignet eigentlich. Ja, wir brauchen, äh, Dings, wir brauchen Panzerfäuste für den Hamvi. Ja, ich hab, ich bin Sanitäter, ich hab keine Panzerfäuste. Ich brauch noch einen Hamvi, damit wir den... Oh, ich bin ja ein Trott, ne? Boah. Ja, jetzt soll da oben gucken. So, Homie. Muni, muni, muni. Dankeschön. Dankeschön. Danke. So ein Sput wird's wahr. Ah. Wir sind nur zwölf Leute auf dem Server oder so, ey. Ist ja nix. Oh, 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 guck mal. Ja, gut, wenigstens stirbst du nicht immer direkt sofort. Oh, 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 oh. Ich wollte jetzt mit Panzerfäußen hin. Ich wollte denn jetzt mit Panzerfleisch, dann. Hör WTF? Ja, wahrscheinlich hinten rumgelaufen. Fähig. E, wir nehmen uns. B, okay. Nein, nein, nein. Pro oder ist es nicht in der Ziviler weggekehrt verdammt verdammt okay das Ziel haben vor wo und das ist ja wohl unser Heli sehr nice Hey, 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 Howboy Ah, gut Boah, ist immer so auf deiner Tastatur rum Ja, mein Mikro ist sehr empfindlich Ja, da wo sind sie denn? Oh, verdammt, verdammt, verdammt Oh, nein, leck mich am Arsch Da kommen sie alle rein hier, ohne Mist Das waren bestimmt acht Stück oder so Das ganze Gegnerteam steht auf einmal vor mir In der Asphalt kommst du ja nicht weit Wo ist denn unser zweiter Punkt? Keine Ahnung Oder haben die die schon beide weggeräumt? Ich nehme auf jeden Fall jetzt Ja, haben sie, haben sie, haben sie Oh je Warte, warte, wo steht denn der Hamdi von denen jetzt? Ich nehme Pionier auch mit Dann kann ich direkt, den haben wir auch zerstören Ah, okay, ich sehe schon unser nächstes Nein, scheiße Wo bist du? Schade, ich hätte gerade drei Typen auf einmal hintereinander Auf einmal hintereinander platt gemacht, genau Ne, aber Deutsche Sprache, schwere Sprache Doofesache, aber ich stand noch in den ihrer Base-Train Ja, ist ein bisschen blöd, hätte, hätte, wenn Könnte, bla 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 Und am Ende hat man dann doch nur abge... Ich hab zwei, zwei von drei habe ich getötet Der dritte hat mich dann leider blöd gemacht So groß ist mein Magazin dann doch nicht? Wäre es so groß wie mein Penis, dann wäre das ja etwas ganz anderes Ja, sag ich auch gleich dir das Das so ist jetzt, komm Okay, wenigstens haben die schon mal keinen Helikopter Ne, ne, den haben wir wieder Wir haben aber den, den, äh, haben wir dagegen Das ist, äh, gute Gegenmaßnahme Ach, übrigens links oben im Eck, das ist MSI Afterburner Das zeigt Grafikkarten, Auslastung, Temperatur und bla 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 Und FPS und sowieso und bla 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 Und jetzt bin ich tot, schon wieder Ich bräuchte jetzt was zum Knabbern Okay, gut Geh ich mal zu Ger-aggressiva Hallo Kiu-kiu Toll, hier geht's nicht lang, ich laufe einmal im Kreis Ma, überall Wände, ist ja brutal Oh, oh Boah Krass Leck mich am Arsch, jetzt werde ich fast verreckt, ey Was sagst du denn, ey? Der Koch guckst Auf der linken Seite, den dir den Felsen ist einer, der will da irgendwie, äh, so ein Leuchtfeuer absetzen, wahrscheinlich Den werd mal eben hoch Hä, ich weiß nicht mal, wo du bist Ist nicht schlimm, ich weiß es Ist nicht schlimm, ich weiß es Ah, jetzt seh ich dich, ah, okay Hier irgendwo hinten ist einer Oh ja, da oben kommt auch gar keiner Oh ja, da oben kommt auch gar keiner Oh, es ist 70 Aber bei Rush ist es nicht so wichtig Ach, beide bekommen Bei Rush geht's nur ums Gewinnen Ja, ich weiß Ja, ich weiß aber, wo man die Ist jetzt okay Oh, ne, Kill Boah, ma Da mörsert einer, hab ich so das Gefühl Und hier kommt auch gleich einer her, glaub ich Boah, ich werd von irgendwo schon wieder beschossen, ey Wie die Wahnsinnigen Komma, äh, du siehst meine Position, ne? Warte, äh, ja Genau da drüben Ja, auf der anderen Seite der, der, der Hügel Ist genau parallel zu mir Müsste irgendwo einer stehen Ich werd die ganze Zeit beschossen Ja, ja, ich hab grad schon gesehen, dass hier eine Ah, ich seh einen, ich seh einen Einen hab ich Oh shit, ich bin, ich bin weg vom Fenster Oh, ne, 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 ne Ja, sauber, der hat ihn Sehr gut Weiter Gates Oh, oh, er will sich doch nicht so weit vorrücken Das könnte fatal enden Krass, man Ah, guck mal, da unten, da unten, da unten, da unten Ja, jetzt jetzt Oh, Hilfe Magic Magic Give me a magic, a fucking magic Ach, da ist noch mal einer Oder war da zwei und der eine ist noch der eine mit Ich hab grad gestorben Ja, wer liegt denn auf dem Turm, Sniper ist das Ach so, aber da war keiner mehr Level zwei an, Level zwei, ey, was für Spaß Aus dem wird mal was Wenn er groß und schlafen Bis zu einem Sunny? Ja? Bis zu einem Sanitäter? Ja, ja Ah, okay, merk ich mich für nichts mehr Wieso? Weil ich dich dann reanimieren kann, wenn ich deine Klasse aufnehme Ja, quasi ist das so Ich seh nur grad keine Gegner, ist leicht suboptimal Oh, ne So, Hambi ist glaub ich down, wenn ich, ja, ist down Ähm Muni brauch ich und da oben ist noch einer drauf Wo? Hier rechts oben auf dem Hügel, hier wo ich grad bin, rechts von mir Da, ja, da vorne, Baller, da Ja, die kümmern sich gerade nur um mich, wenn du da jetzt reinläufst, dann machst du die Ja, beide erwischt Ich bräuchte nur Leben und Muni So, hä, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Leute haben, wir könnten die alle so abziehen, hä? Das wird richtig Bock machen, hä Aber ich brauch ernsthaft Muni jetzt Ich steig doch um von der Waffe her Boah, wir rapen die aber grad richtig in den Gruppes So, ich geh da mal hier lang, oh Wo? Ah, da ist einer, da ist einer Ah So, sehr schön Okay, jetzt hab ich gar keine Muni mehr Jetzt muss ich mit der MP412 Rex rumrennen Ja komm, mach ich grad Selbstmordkommando Wieso nimmst du dann eine Waffe von einem, den du umgeliebt hast Ja, wenn das so einfach wär Ja gut, stimmt eigentlich Oh, bin ich blöd, der Typ da Warte, Muni 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 Tönis Hey, da, da vorne, da liegt dann auch ein Hügel bei dir Ich weiß, ich hab ihn Sehr schön, sehr schön Ne, ich wollt's, na, keine Ahnung So, jetzt sollte ich nur wissen, wo der, wo ich den Muni-Typ abgeknallt hab Ich hab's vergessen Ist doch egal, komm Ja gut, du schütz, du schütz mich so'n bisschen So'n bisschen, ja Oh, 19-2, hey, läuft Wow, da links ist einer Hast'n? Nein, 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 oh, da hat mich einer Bist du tot? Ich hab ihn mit dem Messer, ich komm von hinten rein, so Ja, sehr sauber, danke Komm rein und hol dir eine Waffe von dem Genau Nimm ich gleich wieder Pionier Ey, der hat sogar meine Waffe, cool Ich find das scheiße, dass man mal über den Pionier mit derselben Waffe läuft, dass man dann die Muni nicht aufnehmen kann Hab ihn Ey Ah, pass auf, nein Jetzt kam einer von hinten Ja, ja, ich hab ihn, warte Zack Nice Hab ihn Oh, die kommt von da Warte, Muni Äh, Medic Nein, oh, er kommt von links Ach, scheiße Der hat meine ganze KD versaut Wow, ich glaub eine der wenigen Aufnahmerunden, die richtig gut lief, hey Nicht schlecht Der gehört, in Wirklichkeit ist der voll schlecht So, mal sehen, meine KD ist der noch 10,5, kann ich mitreden Ja, komm, ich spawn einfach Ich mein Wenn mich jetzt wegsnipe, das wär wirklich Pech So, das Video werde ich auch gleich in Bene schicken, weil der hat heute gemeint, hey du hast hier gar nichts drauf, als ich bei ihm gezockt hab Weil der hatte einen neuen PC und da wollte ich direkt mal ein bisschen testen und dann war die Steuerung total am Arsch So, wie lange dauert das jetzt noch bis das eine Ticket vom Gegner weg ist, hey Am Ende nähntet mich da doch noch einer um Boah, ne Hat er mich noch, das gibt's nicht Ich glaub nicht, ob er mich auch noch hat Ich weiß es nicht Ne, ne, dich nicht Aber er hat mich auf jeden Fall noch angehütet, hey Nice Boah, ich bin da von Punkten her, hey, ganz knapp hinter unserem Gut Das passt grad so schön vom Part her, dann werden wir jetzt wahrscheinlich weiter aufnehmen, aber wir werden, äh Jetzt erstmal einen Cut machen, also bis zum nächsten Mal, tschau